Ihr seht, hier habe ich ein schönes Bonfette-Set von Lidl. Das zünde ich heute und teste für euch komplett. Ich fange jetzt an, mal mit dem Veko Zauberwürfel. So, machen wir mal weiter mit dieser Batterie hier. Die dicke Bertha von Veko Feuerwerk. Also, ich zünde jetzt zwei Pfeifen. Und zwar einmal die Blizzard und einmal die High-Riser und zwar zeitgleich. Auf geht's. Untertitelung. BR 2018 So Leute, machen wir weiter. Und zwar jetzt finden wir die... ...doubles. Hier hinten. Also deine... Weiter geht es mit der Flower Power Batterie. So Leute, als nächstes kommen zweimal die Feuersturm. ...batterie. Und zwar das sind sieben Schuss Krecklingkometen-Batterien. Zweimal Kometen-Batterie. ... Das war doch schon recht gut. Jetzt geht es wieder weiter. Mit ein bisschen ruhigem Feuerwerk. Und zwar römische Lichter. Das sind also künke... ...löchttunkel. Davon schieße ich gleich drei oder vier mit Eimer an. Veko römische Lichter. Also... ...weiter geht es. Und zwar mit der Kometen-Sturmbatterie. 100 Schuss. Lasst euch überraschen, was in diesem Rohr steckt. Und es geht lustig weiter. So. Jetzt gibt es wieder die Batterie. Aquila mit 16 Schuss. ... 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 So, jetzt sind wir fertig, das war die Bollertour mit dem Bobbette Set, ich hoffe es hat euch gefallen, bleibt auf jeden Fall dran, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.